Heute wird ein heißer Tag in Los Angeles. Was steht heute auf der Tagesordnung? Wie jeden Tag. Was suchen Sie in meinem Zimmer? Jagd auf die Vampire. Die Vampirjagd ist ein Business. Jede Kehle, ein Scheck. Seit ich die Gewerkschaft geschasst hat, hat sich einiges geändert. Wenn ich nicht an die Kohle komme, zieht meine Familie nach Florida. Hi, Dad. Du bist schon wieder. Zu spät. Die Gewerkschaft ist der einzige Ort, wo ich an Geld komme. Ihre Akte strotzt nur so von Vorfällen. Bart ist ein neuer Mann. Eine letzte Chance. Das ist die letzte Verwarnung. Legen wir los. Hilfe! Hälp mir! Vampire wollten mich töten. Ich pisse in meinen schönen Lieblingsanzug. Hey, hey, hey. Jeder pisst sich beim ersten Mal in die Hose. Wirklich? Ja, klar. Sie haben... Ich nicht, nein, ich... Aber hör zu, du schon. Weißt du, was ich sehe, wenn ich einen Vampir sehe? Ein großes Dollarzeichen. Wie? Sie leben unter uns. Wir sind nichts als Mörder. Wie der Eclipse, noch New Moon oder Breaking Dawn Part 1 können da mithalten, okay? Wieso kennen Sie eigentlich die Namen aller Twilight-Filme? Was? Und was haben Sie gegen Breaking Dawn Teil 2? Erst recht das Ende der ganzen Twilight-Saga. Willkommen in der Tagschicht, Motherfucker. Der Trick geht immer. Der Trick geht immer.